Ja, ein herzlich willkommen hier am vierten Karten der Praktikertag. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute auch wieder so zahlreich erschienen sind. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wie ist Ihr Name und von welchem Unternehmen kommen Sie? Mein Name ist Claude Robert, ich komme von BMW Regensburg. Und haben Sie selber schon mit der Kata gearbeitet? Ja, ich bin in den Anfängen der Ausbildung als Kata-Coach und hatte schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und das war heute eine gute, runde Sache Richtung Denkanstöße zu bekommen und ein rundes Spektrum an Erfahrungen, die wir da mitgenommen haben und war eine prima Sache. Mein Name ist Arndt Kaiser von Lean Online. Sind Sie das erste Mal dabei beim Kata-Praktiker-Tag? Ja, heute ist das erste Mal dabei und es war sehr schön. Ich finde das Thema total faszinierend und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Demut habe ich dazu, weil es ist ein Thema mit riesigen Facetten und man kann es ziemlich schnell falsch machen. Und ich glaube, dass ich hier sehr viele gute Impulse bekommen habe.